Gut, dann starten wir einen wunderschönen guten Tag und willkommen zur Pressekonferenz nach unserem Spiel gegen Fürth. Endstand 0 zu 1, wie die meisten wahrscheinlich gesehen haben werden. Ich begrüße recht herzlich beide Trainer, unseren Gästetrainer Stefan Leitl und unseren Cheftrainer Jens Keller und würde gleich den Gast um seine Derby- und Spielanalyse bitten. Ja, vielen Dank. Ja, erstmal Glückwunsch und Kompliment natürlich an meine Mannschaft zum Sieg heute. Es war ein sehr, sehr schweres Spiel für uns. Ich glaube, man hat uns schon angemerkt, dass wir unter der Woche noch gespielt haben. Trotzdem haben wir versucht, ein Derby zu spielen mit einem Derby-Charakter. Das heißt, wir waren sehr präsent in den Zweikämpfen und haben uns auch versucht, robust zu wehren. Insgesamt denke ich, ist es fußballerisch in der ersten Hälfte nicht ganz so viel gelungen. Das hat Nürnberger aber auch gut gemacht. Da waren sie wirklich taktisch auch gut eingestellt. Ja, in der Halbzeitpause haben wir angesprochen, einfach mal noch mutiger vielleicht zu sein, wenn sich die Räume ergeben. Und ich denke, wenn man sieht, wie wir uns das 1 zu 0 rausspielen, ja, das war wirklich sehr sehenswert und haben uns dann mit dieser Aktion für einen Derby-Sieg belohnt. Und nochmal Kompliment an die Mannschaft, nach diesen drei Spielen jetzt heute nochmal alles investiert und war sehr, sehr wichtig für uns natürlich in der Phase, in der wir uns befinden, dass wir dieses Spiel für uns entschieden haben. Dankeschön. Stefan Leitl, vielen Dank. Jens, wie fällt dein heutiges Fazit aus? Ja, erstmal Glückwunsch an Stefan. Glückwünsche im Derby. Macht keinen Spaß. Wir sind alle masslos enttäuscht, gar keine Frage. Ich kann jetzt Woche für Woche das Gleiche sagen. Ich glaube, wir haben in der ersten Halbzeit einige Dinge gut rausgespielt, nicht wieder konsequent vollendet. Und ja, dann kriegen wir durch eine Aktion ein Tor und haben dann nicht mehr die Mittel gefunden, ins Spiel zurückzukommen. Und die Mannschaft hat Gas gegeben, aber wir müssen liefern und das hat die Mannschaft dann nicht mehr gemacht. Und ja, jetzt sind wir heute enttäuscht und ab morgen früh werden wir uns konzentriert vorbereiten und werden dann in Wiesbaden erfolgreich sein. Danke. Ja, Jens, vielen Dank für deine Analyse. Dann beginnen wir mit den Fragen, wie es aktuell ja üblich ist, nach den Spielen aus der Chatfunktion. Die Journalisten sind nicht hier im Raum anwesend, deswegen werde ich die Fragen, die hier reinkommen, dann vorlesen. Wir fangen mal an mit Frank Linkisch vom Kicker. Eine Frage an dich, Jens. Was kann in der Kürze der Zeit jetzt noch gemacht werden, um den Turnaround zu schaffen, sportlich wie psychologisch? Ja, sportlich wird man jetzt nicht viel bis Dienstag machen können. Ja, wichtig ist der Mannschaft zu zeigen, dass wir alles in der Hand haben. Es ist ja nicht so, dass wir abgestiegen sind. Nochmal eine bittere Niederlage, aber wir müssen definitiv am Dienstag liefern. Machen wir direkt weiter mit einer Frage an dich, Jens. Von Nico Gehle von der BILD. Wie große Sorgen muss man sich jetzt um den Klub machen? Sorgen, wenn man den Tabellenstand sieht, dann ist das natürlich eine ganz schwierige Situation. Aber wie ich gerade schon gesagt habe, wir werden uns jetzt heute schütteln und werden am Dienstag eine Mannschaft auf den Platz bringen, die in Wiesbaden besteht. Stefania Blonka von der Nürnberger Zeitung fragt, das 0 zu 1 fiel wieder aus einem Konter heraus, ähnlich wie gegen Regensburg. Warum lernt die Mannschaft nicht dazu? Und ja, erstmal die erste Frage. Ja, ich glaube, dass wir die bis dahin alle gut unterbunden hatten und wir hatten auch den ein oder anderen Konter. Wir haben es aber nicht zielführend abgeschlossen. Und dass man mal einen Konter bekommt, ist, denke ich, normal. Aber wir waren mit einigen Spielern doch hinter dem Ball und haben es aber nicht gut verteidigt. Anschlussfrage von Stefania Blonka. War es der Plan, nach etwa 15 Minuten den Spielaufbau dem Gegner zu überlassen? Oder war es Fürths Stärke geschuldet? Nein, es war schon so, dass wir Fürth den Ball geben wollten und unser Umschaltspiel machen wollten. Bei den Temperaturen, viel investieren ist unheimlich schwer und deshalb war das schon der Plan. Fadi Kaplavi von der Nürnberger Nachrichten fragt, einfache, aber auch schwierige Frage, was genau ist das Problem Ihrer Mannschaft? Ja, ich kann Woche für Woche das gleiche erzählen. Ich glaube, nochmal in der ersten Halbzeit, ich wüsste jetzt auch nicht, dass es noch irgendeine Torchance von Fürth gab. Aber das ist alles, was nicht zählt. Es zählt, dass wir Spiele gewinnen und Punkte holen. Eine Frage von Fadi Kaplavi an dich, Stefan. Was haben Sie David Raum vor seiner Einwechslung gesagt und was sprach für Redondo in der Startelf statt Raum? Ja, wir haben ja Dave im Laufe dieser Saison umgeschult als Linksverteidiger und ich möchte dann schon, wenn wir mit dem Jungen etwas vorhaben, ihm einfach Einsatzzeiten auf der Position geben, auf der er dann spielen soll. Und Kenny hat die Wochen über jetzt gut trainiert und war einfach mal an der Reihe auch zu spielen, um sich zu zeigen. Was mir ein bisschen gefehlt hat in der ersten Hälfte waren gerade Tiefenläufe im letzten Drittel. Da haben wir uns schon ein bisschen mehr ausgerechnet. Das haben wir nicht gemacht. Ich habe dem Dave dann gesagt, dass er das bitte tun soll. Er ist ja ein gelernter Offensivmann und hat das dann auch richtig gut umgesetzt. Ich glaube, dass in der einen oder anderen Situation, wenn wir diese erkennen, noch ein bisschen mehr möglich gewesen wäre. Aber insgesamt eine gute Leistung von Dave und ich freue mich, dass er sich mit einem Tor belohnt hat. Florian Pöhlmann von der Nürnberger Zeitung fragt, erst Stürmer, dann Verteidiger, jetzt wieder Stürmer. Ist das Segen oder Fluch für Raum? Und angeschlossen der schönste Sieg in der Saison, weil er Fans befriedigt und Sicherheit bringt. Wie viel Rückenwind gibt es? Sogar drei Fragen. Drei Fragen, gut. Ich helfe weiter. Ich helfe weiter. Es ist weder Fluch noch Segen. Fakt ist, dass wir Spieler auf dem Flügel haben, in der Offensive auch erfahrene Spieler. Und da fehlt mir momentan auch diese Leistung, dass sie spielen können. Und deswegen muss dann ein Junge wie Dave eben aushelfen. Wir sehen ihn als Linksverteidiger und das wird seine Zukunft sein. Und da werden wir ihn auch weiterhin versuchen, besser zu machen und weiterhin auch entwickeln. Mit Maxi Wittek verlässt uns ein wichtiger Spieler und Dave soll diese Position übernehmen. Erste Frage. Zweite Frage war? Der schönste Sieg in der Saison, weil er Fans befriedigt und Sicherheit bringt. Ich glaube, dass jeder Sieg die Fans befriedigt und auch uns, es war wichtig nach diesem Restart, einfach mal ein Ergebnis zu erzielen. Weil ich schon glaube, dass, wenn man mal das Sandhausenspiel in der ersten Hälfte ausklammert, wir gute Spieler gemacht haben, aber eindeutig zu wenig Punkte geholt haben. Und das ist uns heute Gott sei Dank gelungen. Und 42 Punkte, das ist auf alle Fälle okay. Und trotzdem wollen wir jetzt einfach noch versuchen, so mögliche Punkte zu holen, um einen guten Tabellenplatz zu erzielen. Die dritte war, wie viel Rückenwitter es gibt, aber ich glaube, das hast du eigentlich schon beantwortet. Hans Strauß von der MeinPost an dich, Jens, fragt, hat Dove dann es nicht in den Kader geschafft oder ist er verletzt? Nein, Dove war diese Woche oder bei dem Spiel jetzt nicht im Kader und wir werden es wieder neu mischen und dann kann es sein, dass er wieder dabei ist. Nico Gehle von der BILD, noch eine Frage an dich, Stefan. Sie haben ja bekanntlich eine Klubvergangenheit. Leidet man da jetzt mit oder hofft man auf ein Frankenderby auch in der nächsten Saison? Im Sport gibt es kein Mitleid. Jens wird die richtigen Schlüsse ziehen und wird die Mannschaft so einstellen, dass noch Punkte erzielt werden. Und sowas entscheidet sich nicht in zwei Spielen. Stefan Jablonga von der Nürnberger Zeitung, noch eine Frage an dich, Jens. Sie wirken sehr gefasst. Ist das Ihrer Routine geschuldet oder einer gewissen Ratlosigkeit? Nein, ich bin gefasst und das bin ich immer in meinem Leben. Es gibt Situationen, wo man am Boden liegt, aber ich bin in meinem ganzen Leben aufgestanden und so werden wir jetzt auch aufstehen. Ich sage ja, wir schütteln uns jetzt und bis morgen früh kann auch jeder enttäuscht sein und am Morgen geht es weiter. Gut, ich sehe keine weiteren Fragen hier im Online-Chat. Dann beenden wir die Pressekonferenz, sagen vielen Dank an beide Trainer und sehen uns dann schon nächsten Samstag gegen Stuttgart hier wieder. Bis dahin, tschüss. Dann beenden wir die Pressekonferenz, dann beenden wir die Pressekonferenz, dann beenden wir die Pressekonferenz.